Hallo liebe Schlagzeuggemeinde, in meiner mehrteilten Videoserie zu Doppelschlägen in der Bassdrum zeige ich euch, wie ihr eben zwei Schläge mit der Bassdrum direkt und vor allem schnell hintereinander spielen könnt. Los geht's! Willkommen zum ersten Teil einer mehrteiligen Serie zum Thema Doppelschläge in der Bassdrum. Dieses Video unterteile ich in mehrere Abschnitte. Wer ungeduldig ist, kein Problem, ich habe Kapitelmarken eingebaut, so dass ihr unmittelbar zu dem für euch interessanten Thema springen könnt. Gewiss empfehle ich euch, das Video komplett anzuschauen, damit ihr auch keine wichtigen Informationen verpasst. Worum geht es in diesem Video konkret? In diesem Tutorial führe ich euch in die Kunst von zwei schnell gespielten Doppelschlägen mit der Bassdrum ein. Wir werden etwas Grundlagenforschung betreiben, uns über die Herangehensweisen zum Erlernen von Doppelschlägen in der Bassdrum unterhalten und selbstverständlich zeige ich euch die erste von vier Techniken dieser Videoserie. Für viele Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger stellt sich wiederholt die Frage, wie man vor allem schnelle Doppelschläge mit nur einem Fuß auf der Bassdrum erreichen kann, um zum Beispiel schnelle 16. Figuren zu ermöglichen. Mit Doppelschlägen meine ich direkt zusammenhängende Schläge. Wie auch bei den Händen, so gibt es bei den Füßen verschiedene Techniken und Herangehensweisen Doppelschläge zu spielen und ich spreche explizit, wie gesagt, von Doppelschlägen, nicht von drei oder mehr aufeinanderfolgenden Schlägen hintereinander. Die von mir vorgestellten Techniken sind für den rechten und den linken Fuß geeignet. Ob Single- oder Doppelfußpedal, das spielt keine Rolle. Sie sind unabhängig von Notenwerten zu sehen und sie eignen sich für Doppelschläge aller Art und sind natürlich auch genreunabhängig. In langsamem Tempi ist es üblicherweise kein Problem, Doppelschläge unmittelbar mit den gewohnten Techniken, sprich Heel Up oder Heel Down hintereinander zu spielen. Ähnlich wie das bei den Händen der Fall ist, wo man bis zu einem gewissen Grad ohne weiteres alle Schläge aus dem Handgelenk hinbekommt. Wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, sprich mit Heel Up oder Heel Down, dann checkt bitte unbedingt, bevor ihr jetzt hier weiter schaut, vorab mein Video, die Fußarbeit in meinem Kurs Schlagzeuglernen, der Crashkurs für Starterinnen auf meiner Homepage ab. Das sind Doppelschläge mit der Heel Up Technik. Das sind Doppelschläge mit der Heel Down Technik. Bei floterem Tempi verhält es sich anders. Bei den Händen nutzen wir dann in erster Linie den Rebound und die Finger, um Doppelschläge entspannt zielgerichtet und tempoangepasst spielen zu können. Ähnlich verhält es sich auch bei den Füßen. Auch hier gibt es verschiedene Techniken oder anders ausgedrückt verschiedene Bewegungsabläufe, die effizient sind und wenig Kraft erfordern, sodass schnelle Bassdrumfiguren möglich werden. Diese Techniken werden teilweise auch als Hybrid Techniken bezeichnet, da sie oftmals Elemente aus den beiden gängigsten Bewegungen aus Heel Up und Heel Down beinhalten, aber auch ganz neue Bewegungen werden angewandt. In der Schlagzeuger Welt kursieren hauptsächlich vier Techniken für schnelle Doppelschläge. Toe Heel, Heel Toe, die Slide Technik und die Swizzle Technik. Das sind zwar bei weitem nicht alle, aber diese vier werde ich in verschiedenen Videos erörtern. Wie immer im Leben, so gibt es auch hier nicht nur die eine richtige Technik. Jede Technik birgt etwas Gutes in sich, jede Technik hat ihre Nachteile. Was für den einen funktioniert, muss für den anderen nicht unbedingt auch das Richtige sein. Aus methodischer Sicht sage ich daher, es lohnt sich, sich in seiner Schlagzeuger Karriere mal mit allen Vieren beschäftigt zu haben. Aber zu Beginn sollte man sich auf eine Bewegung festlegen und diese wirklich etablieren. Bevor es an die erste Technik geht, möchte ich noch ein paar Gedanken mit euch austauschen, die für alle Fuß, wenn nicht sogar alle Techniken und alle Bewegungsabläufe gelten. Oder, um es auf die Spitze zu treiben, für alles Neue, was man sich aneignen möchte. Die Frage ist, wie lernen wir neue, vor allem komplexere Bewegungsabläufe? Zu Beginn steht immer die sogenannte Phase der Grobkoordination. Ein schlimmes Wort. In der Phase der Grobkoordination muss eine ungefähre optische Vorstellung der Bewegung gegeben sein. In unserem konkreten Fall der Doppelschläge. Dabei hilft dir zum Beispiel dieses Video, denn ich werde die Bewegung langsam und schrittweise demonstrieren. Dadurch bekommt man einen mentalen, bildlichen Anhaltspunkt. Nachdem man die Bewegung verstanden hat, folgt das Ausführen dieser Bewegung. Dabei ist das Fokussieren und Konzentrieren auf diese Bewegung essentiell, weshalb die Bewegung isoliert und langsam ausgeführt werden muss. Es schadet auch nicht, die Bewegung zunächst übertrieben auszuführen, auch wenn die Bewegungen später nicht so extrem ausgeführt werden in der Praxis. Es kann in dieser Phase noch zu verschiedenen Fehlern kommen. Die Bewegung kann möglicherweise mit dem falschen Krafteinsatz oder einer zu geringen Präzision ausgeführt werden. Es kann zu Verkrampfungen kommen, was wir nicht hoffen natürlich. Oder die verschiedenen Phasen der Bewegung lassen sich noch nicht reibungslos aufeinander abstimmen. Daher unbedingt langsam spielen und den Bewegungsablauf beobachten und stets analysieren, um die Möglichkeit zu haben, die Bewegung zu korrigieren und anzupassen. Es soll daher auch keine Ablenkung durch andere Herausforderungen negativen Einfluss haben, weshalb man zunächst auf das Mitspielen anderer Gliedmaße unbedingt verzichten sollte. Es geht hier und jetzt einzig und allein um die zu lernende Bewegung. Ich verzichte in diesem Video daher bewusst auf jegliche Übung, in welchem Doppelschläge in einem rhythmischen oder musikalischen Kontext gesetzt werden. Solche Übungen folgen in einem weiteren Video dieser Serie und sollten erst angegangen werden, wenn man sich mit der neuen Technik wohlfühlt. Mit häufigen Wiederholen wird sich folgend ein Automatismus einstellen und die Phase der Grobkoordination geht über in die Phase der Feinkoordination. Wie lange das dauert, das ist von Spielerin zu Spieler individuell. Es kann durchaus etwas dauern, aber man sollte sich niemals entmutigen lassen. Denkt auch immer daran, euer Instrument, das Schlagzeug, ist ein sehr physisches Instrument. Viele Faktoren können Einfluss auf euer Spiel nehmen. Im Zusammenhang mit den Füßen kann dies unter anderem die Sitzposition sein, der Winkel zwischen dem Ober- und dem Unterschenkel, die Position des Fußes auf dem Pedal, die Spannung des Bass-Trumpfells, die Pedaleinstellungen selbst, wie beispielsweise die Federspannung oder der Abstand des Beaters zum Bass-Trumpfell. Sollte also eine Bewegung auch nach mehreren Anläufen nicht wirklich funktionieren, so überprüft auch die eben genannten Punkte. Dazu findet ihr im Kurs Schlagzeuglern der Crashkurs für Starterinnen einige Hinweise und Tipps, die man beachten sollte. Selbst die Schuhwahl oder ob man barfuß oder mit den Socken spielt, kann mitunter Einfluss auf die Spielbarkeit und natürlich das Spielgefühl nehmen. Jeder kann sich z.B. denken, dass High Heels nicht in jeder Situation die optimale Schuhwahl sind, auch wenn ich da selbst keinerlei Erfahrung drin habe. Beginnen möchte ich nun aber endlich mit meiner favorisierten und meist angewandten Technik für Doppelschläge der Toe-Heel-Technik. Toe heißt Zehen, Heel bedeutet Ferse. Natürlich spielen wir nicht unmittelbar mit unseren einzelnen Zehen und auch nicht direkt mit der Ferse. Es geht dabei mehr um die Abschnitte des Fußes. Anatomisch gesehen besteht ein Fuß aus drei Teilen, den Zehen, dem Mittelfuß und der Fußwurzel. Da der Begriff Fußwurzel jedoch nicht so geläufig ist, werde ich immer nur von der Ferse stattdessen sprechen. Die Position des Fußes kann auf dem Pedal variieren, je nachdem wie laut mein Schlag sein soll. Steht mein Fuß weiter vorne auf dem Pedal, so sind die Schläge eher leiser. Ist die Position weiter hinten, dann wird es eher lauter. Ihr seht an der Position, dass meine Ferse nicht immer auf dem Pedal liegt. Die Toe-Heel-Technik, also die Zehen-Ferse-Technik, heißt so, weil wir zuerst die Zehen einsetzen und danach quasi die Ferse. Die Ausgangsposition für die Toe-Heel-Technik ist wie folgt. Aus einer Ruheposition heraus, bei mir ist das ein auf dem Pedal aufgelegter Fuß, hebe ich die Ferse leicht an, die Fußspitze steht jetzt auf dem Pedal. Jetzt trete ich das Fußpedal vorne mit den Zehen an. Das ist der Initialschlag. Die Ferse bleibt währenddessen ein paar Zentimeter über dem Boden. Nicht übertrieben hoch, aber ausreichend genug, um anschließend aus dieser Höhe heraus das Fußpedal am sogenannten Sweet Point, also dem Punkt, an dem das Pedal den besten Schwerpunkt hat mit dem Mittelfuß zu treffen. Dafür geht die Ferse gerade nach unten. Ich lasse meinen Fuß schlicht und ergreifend nur fallen. Die Ferse berührt den Boden. Um sich diese Bewegung zu verdeutlichen, kann man sich gegebenenfalls vorstellen, man wolle mit der Ferse beim zweiten Schlag, also nach dem Initialschlag, mit der Ferse einen Nagel in den Boden treten. Nun verweilt die Ferse abgesetzt in dieser Lage. Dies ist erneut unsere Ausgangsposition. Die Ferse soll Kontakt zum Boden haben, um die Wadenmuskulatur zu entlasten. Ob der Bieter nun im Fell liegt oder nicht, spielt keine wesentliche Rolle, aber keinesfalls den Fuß über dem Pedal schweben lassen. Erst zur Vorbereitung des nächsten Schlags hebe ich die Ferse wieder an. Das alles geschieht ohne großen Kraftaufwand. Der Begriff Heel ist an dieser Stelle eigentlich auch nicht richtig, da ich das Pedal mit dem Mittelfuß und eben nicht mit der Ferse treffe. Im Prinzip sind es bei der Toe-Heel-Technik zwei getrennte Bewegungen, welche zu einem zusammenhängenden Bewegungslauf vereint werden, der zwei Bass-Tum-Schläge zur Folge hat. Ganz wichtig, der Fuß wird nicht abgerollt oder in einer Welle gespielt. Es sind zwei Bewegungen, die nach unten gerichtet sind. Diese Bewegung kann man auch wunderbar ohne Pedal nur im Sitzen auf einem Hocker oder auf dem Stuhl, spielt keine Rolle, auf dem Boden üben. Die Fußspitze steht auf dem Boden, die Ferse ist oben, man tippt mit den Zehen den Boden an, um dann anschließend mit dem flachen, man kann auch sagen dem geraden Fuß, den Boden zu berühren. Der einzige Unterschied von der Übung auf dem Boden hin zum Pedal ist, dass das Pedal schräg ist und dadurch das Pedal durch den Mittelfuß angeschlagen wird. Bei der Bodenübung treffen Mittelfuß und Ferse gleichzeitig auf. Von der Seite betrachtet beobachtet man, dass sich das Knie und der Oberschenkel von oben nach unten bewegen. Das ist bedingt durch die Stellung des Fußes. Ist die Ferse oben, so ist das Knie bzw. der Oberschenkel leicht angehoben. Senkt sich die Ferse, so geht das Knie mit dem Oberschenkel nach unten. Anatomisch gesehen erfolgt die Bewegung aus der Hüfte. Die Toe-Heel-Technik hat für mich hauptsächlich drei Vorteile gegenüber den anderen Techniken, die ich ja auch noch vorstellen werde in weiteren Videos. 1. Der Fuß bleibt immer in der gleichen Position. Er bewegt sich nicht auf dem Pedal nach vorne oder nach hinten oder zur Seite. Dadurch hat man als Spielerin oder Spieler wenig Bewegungsaufwand und der Fuß bekommt die Chance für Ruhephasen. 2. Beide Schläge sind beinahe gleich laut. Ich kann mit mehr Kraft und Druck sogar die Lautstärke beeinflussen. 3. Habe ich eine sehr gute Kontrolle über die einzelnen gespielten Schläge unabhängig vom Tempo. Beide Schläge sind beinahe gleich laut. 2. Bader Brot und Druck 2. Bader Brot und Druck 3. Bader Brot und Druck 3. Bader Brot und Druck Kleinigkeiten beim Üben. Übt, wie vorhin beschrieben, unter allen Umständen zunächst langsam. Wenn ihr langsam spielt, dann ist der Bewegungsablauf zwar in mehreren kleinen Schritten unterteilt, aber so habt ihr mehr Kontrolle über eure Bewegung. Erst wenn es schneller wird, bekommt ihr einen durchgehenden Ablauf vom Antippen der Zehen vorne bis hin zum Absetzen der Ferse hinten. Haltet immer Kontakt zum Pedal. Der Fuß schwebt nicht darüber. Es wäre viel zu anstrengend. Es gibt jederzeit Kontaktpunkte. Mir hilft es oft in Bewegungsrichtung und eben Kontaktpunkten zu denken. Bei der Toe-Heel-Technik denke ich zweimal nach unten. Zunächst stelle ich mir eine Abwärtsbewegung der Zehen vor. Anschließend denke ich mir eher den Mittelfuß in einer Abwärtsbewegung als die Ferse. Diese folgt dem Mittelfuß automatisch nach unten. Zeitgleich stelle ich mir vor, an welcher Position ich das Pedal mit dem Mittelfuß treffen möchte. Ich spüre sozusagen den Auftrittspunkt des Fußes auf dem Pedal bzw. denke ich mich da wirklich rein. Das war das erste Video zu meiner Serie über Doppelschläge in der Bassdrum. Verpasst bitte nicht meine anderen Videos zu den eben schon erwähnten weiteren Techniken. Wenn ihr Fragen habt oder mir Feedback geben möchtet, könnt ihr mir gerne schreiben an timo.deinschlatsolera.de oder ihr könnt auch direkt natürlich dieses Video kommentieren. Ich freue mich über zahlreiche Kommentare von euch. Dann sage ich noch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Macht's bis dahin gut. Euer Timo. Ciao.